Tolle Idee mit der Fahrradtour. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint und es ist warm. Ja, das finde ich auch. Hey, weißt du was? Wir können ein Spiel spielen. Ich mache die Augen zu und du beschreibst etwas, das du siehst. Das muss ich dann erraten. Oh, das klingt cool. Also, ich sehe etwas, das ist groß, braun und grün. Es bewegt sich nicht. Hm, vielleicht ein Baum? Richtig. Hey, weißt du was? Wir spielen gerade ein Spiel, das ganz viel mit einer bestimmten Zeitform zu tun hat, nämlich mit dem Präsens. Du beschreibst was, du jetzt gerade siehst. Die Radtour, die wir machen, das passiert auch jetzt gerade, in der Gegenwart.